Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt ein neues Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus vor. Wir hören rein. Ebenso dringend brauchen wir, das ist mein Appell, jetzt das Demokratiefördergesetz. Wir müssen gerade jetzt den zivilgesellschaftlichen Institutionen den Rücken stärken bei ihrer wichtigen Arbeit gegen den Extremismus. Den Extremisten, Rechtsextremisten, wenn rechtsextreme Netzwerke, AfD und der Identitären Bewegung, Rechtsextremismus, Rechtsextremisten, Rechtsextremisten, neue Rechte, Rechtsextremisten, rechtsextremistischen Netzwerke, die Waffen, Rechtsextremismus, rechtsextremistische Gruppierungen, um Rechtsextremist, extremistischer Verdachtsfall, jetzt das Demokratiefördergesetz, gerade jetzt gegen den Extremismus. Maßnahmen und Instrumente und Maßnahmen, Extremisten, autoritäre Kräfte von Rechtsextremisten, Rechtsextremistische Netzwerke, Rechtsextremisten, die rechtsextremistische Veranstaltungen, in rechtsextremen Netzwerken, rechtsextreme Organisationen, Rechtsextremisten, rechtsextremistischer Hass, Rechtsextremisten, Rechtsextremismus, Hasskriminalität, Wellen des Hasses, Rechtsextremist, Rechtsextremistische Personenpotenzial, Rechtsextremisten, Rechtsextremismus, Rechtsextremisten, Rechtsextremismus, Rechtsextremist, Rassismus, der neuen Rechten, AfD, der neuen Rechten, rechtsextremistischer Intellektueller, Rechtsextremismus, Netzwerk, Vernetzungsbestrebung der neuen Rechten, mit Rechtsextremist, Vernetzung, rechtsextremistische Spektrum, Gewaltorientierten, Rechtsextremisten, Rechtsextremismus, Rechtsextremismus, Extremisten, Feinde unserer Demokratie. Dankeschön. Der soll seine Fresse halten.